Ganz herzlich willkommen zum DUP Business Talk. Bei mir ist Gerald Rosenkranz, Geschäftsführer, Gesellschafter der Pekunia GmbH. Herr Rosenkranz, mögen Sie sich der Einfachheit halber selbst vorstellen? Wie gesagt, mein Name ist Gerald Rosenkranz, bin Geschäftsführer und Inhaber der Pekunia GmbH. Wir sind eine Vermögensverwaltung nach Paragraf 32 mit entsprechender Zulassung über Bundesbank und Wafin und managen auch eigene Fonds und haben diverse verschiedene Risikostrategien für unsere Investoren. Und damit, Dankeschön, sind wir eigentlich gleich beim Thema. Wenn man so über Geld liest, dann hat man die ganzen Warren Buffetts und Peter Lynch, all diese Stars der Investment-Szene so vor Augen oder vor Ohren. Und das klingt immer alles so ganz einfach, wie ich finde. Das kann man ja so im Nebenmeer vorbeigehen erledigen. Aber da werden Sie mir zustimmen, das ist es ja nun mal nicht. Wenn wir nun mal das Thema Streuung nehmen, da sagen die einen, wir brauchen ein konzentriertes Portfolio. Da kann man aber sagen, naja, da können die One-Track-Ponys, also die Aktien meinteilen, die auf eine Idee setzen, ganz schnell Kopheister gehen. Und damit ist dieses vermeintlich diversifizierte Portfolio dann doch ganz schnell auf den Knien. Die anderen sagen, breit streuen, möglichst breit. Dann ist man wieder fast beim Markt. Ein anderer Punkt bei der Streuung oder bei der Diversifikation ist, Studien sagen ja, dass so zwischen 80 und 90 Prozent des Erfolgs seines Portfolios auf der Asset Allocation basiert als in der Streuung zwischen verschiedenen Anlageklassen. Also allein an diesen paar, ich sag's mal, Aspekten nicht genannt habe, merkt man, das ist alles gar nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Wir sind im Feld der Vermögensverwaltung, wo man verschiedene Dinge zusammenfügt und dies mit einem langfristigen Horizont. Das kann per Fonds geschehen, das kann auch per Mandat geschehen, je nachdem, wie es am besten passt. Und dafür, Herr Rosenkranz, stehen Sie heute Rede und Antwort. Und dann lassen Sie uns gleich mit einer möglicherweise einfachen Frage starten. Ist Streuung eigentlich schwieriger geworden? Streuung ist nicht schwieriger geworden. Es ist einfach in der heutigen Zeit anders geworden. Wir setzen in der Vermögensverwaltung, auch im Fonds, Aktien, Renten und Cash ein. Im Fonds haben wir Mitte letzten Jahres die letzten Rentenanteile verkauft. Also das zum Thema schwieriger. Der Bereich ist natürlich nicht mehr von Erfolg gekrönt im Bereich der Renditen. Man hat dort im Rentensektor sehr hohe Risiken, die man sich einkauft. Und im Gegenpol sehen wir die Renditen nicht. Daher gleich mal nachfragen. Entschuldigung, bitte. Die Risiken, die Sie ansprachen, das sind dann diese, ich nenne sie mal, die verborgenen Risiken. Ein Anleger, der vielleicht mit der Geldanlage noch nicht so viel zu tun hat, man kann sich ja sagen, naja, ich bekomme ja immer noch 0,5 Prozent von, immerhin so manchen Emittenten ist doch gar nicht schlecht, mag der sagen. Wo liegen denn in Ihren Augen dann die Risiken? Die Risiken liegen natürlich im ersten Bereich in den Kursrückschlägen. Wenn man sich genau im März letzten Jahres die Entwicklung der Anleihenmärkte anschaut, dann können wir nachher vielleicht im Anschluss nochmal auf unseren Fonds zu sprechen. Dann habe ich einige Anleihen, die stärkere Verluste erlitten haben als unser konzentriertes Portfolio in Aktien. Dort sehen wir die Risiken, natürlich auch Ausfallrisiken, die unter Umständen ein Privatanleger, der sich Anleihen auswählt, das Emittentenrisiko und dergleichen nicht so einstufen kann. Also die Risiken sehen wir dort schon, wo wir für uns im Fonds gesagt haben, wir nehmen mehr aufgrund der Kursrisiken, wir nehmen entsprechend die Renten heraus. In der Vermögensverwaltung haben wir noch die Aufteilung Aktie, konzentriert mehr auf den Aktienpart, Beimischung, wenn es nicht anders geht, im geringfügigen Teil Renten und ansonsten auch Cash, um sich nicht, wie gesagt, schon eingangs Risiken einzukaufen, die jetzt im Gegenpol nicht mit Renditen honoriert werden. Ja, kann man, um die Eingangsfrage nochmal so ein bisschen zu modifizieren, ist es denn schwieriger geworden oder einfach anders? Ja, das ist, das hatte ich schon so gesagt, also ich sehe es als anders an. Wenn ich es aus der Historik nehme, ich bin auch schon einige Zeit am Markt, man muss sich ja immer wieder den Markt stellen. Und von unserer Seite, von unserer Vermögensverwaltung heraus und im Fondsmanagement sagen wir, der Markt hat grundsätzlich immer recht. Wir wissen nicht, was der Markt macht. Daher haben wir seit mittlerweile seit über 20 Jahren ein technisches System zur Aktienauswahl und Aktienselektion im Kauf und Verkauf erarbeitet, programmieren lassen, teilweise selbst programmiert, um von subjektiven, diskretionären Vorsagen, die unter Umständen nicht eintreten, die wir auch fehlerhaft in der Vergangenheit getroffen haben, wegzukommen und dann mehr auf ein mathematisches, systematisches Modell entsprechend uns abzustellen und darüber hinaus zu sagen, der Markt hat recht. Wir bewerten den Markt aufgrund technischer Kennzahlen und aufgrund technischer Kennzahlen gehen wir dann entsprechend in die Depots und kaufen oder verkaufen. Wie oft müssen Sie dann über dieses technische System nachdenken? Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Bewertungsfragen, da hieß es eine Zeit lang ja auch, das braucht man gar nicht mehr. Wir gucken mehr aufs Wachstum oder welche Kennzahlen auch immer. Wie ist der genug? Also das technische System ist, ich würde sagen, sehr robust ausgereift. Also wir überprüfen das zum Beispiel in Zeiten nach der Corona-Krise, wenn man, das waren wirklich extreme Bewertungen, wo auch unser technisches System zeigen konnte. Es hat gezeigt, dass wir entsprechend hervorragend die Krise bewältigen konnten. Und dann im Anschluss schaut man immer, wie jeder Techniker, wo gab es unter Umständen noch kleine Feinheiten, wo man nachjustieren kann. Das System steht, das System ist robust, arbeitet eins zu eins im Fonds seit über acht Jahren, sehr erfolgreich. Und es wird aber von uns immer nachkontrolliert, optimiert, beziehungsweise auch neue Software wird entsprechend hinzugewählt, um nochmal leistungsstärker, schneller zu sein, weil wir extrem viele technische Bewertungen und Berechnungen durchführen, die uns teilweise auch von der Rechenkapazität an die Grenzen führt. Und daher ist es dann auch immer wieder notwendig, dann auch seitens der Systeme, der Programme und der Soft- und Hardware nachzubessern. Aber das System hat sich seit über acht Jahren bewährt, seit über 20 Jahren in der Entwicklung. Und es hilft uns sehr stark und unseren Investoren. Ich sage immer so schön, wir möchten in Krisen keine Problemanrufe haben. Wir betreuen hier in der Region über die Vermögensverwaltung sehr viele Unternehmer. Die sollen ruhig schlafen können und dann geht es uns auch gut. Und das Telefon steht still, auch wenn im März der Markt 40 Prozent wegrutscht im letzten Jahr. Dann haben wir nur einen kleinen Teil davon mitgenommen und konnten uns entsprechend wieder profilieren. So wie 2018 auch über unser technisches System. Kurze Nachfrage. Wie viel Luft haben Sie von der menschlichen Seite in Anführungsstrichen in diesem System? Es gibt ja Anbieter, die sagen, es ist komplett computergesteuert, komplett quantitativ. Bei anderen wiederum kommt dann doch noch die menschliche Komponente rein. Wie ist es bei Ihnen? Wir haben zwei Bereiche, wo wir eingreifen. Ein Bereich, wir selektieren für den Fonds 100 Aktien. Wenn wir ein Portfolio für Endkunden aufbereiten, dann geht es bis 20 Aktien. Also die ersten 100 Aktien werden rein systematisch selektiert. 18.000 Aktien ist der Eingang in unserem System. Diese werden durch technische Bewertungen herausselektiert 100 Aktien. Und dann nehmen wir noch 20 hinzu. Ich sage immer, das sind 20 Opportunitäten, wo wir sehen, es sind Aktien mit extremen Bewertungen oder die sind noch nicht so lange am Markt. Also einfaches Beispiel größere Schwankungsbreiten, wo man dann einkauft, wo man dann aber über ein weiteres Risikosystem dann entsprechend wieder auswertet und nach unten begrenzt. Daher 100 zu 20, um das Risiko in der Gesamtanlage nicht nach oben zu bekommen. Wir haben dort bei den 20 eine PayPal, eine Facebook hinzugenommen, haben aus dem Technologiesektor Aktien hinzugenommen mit stärkeren Schwankungen, die dann aber wiederum über ein zweites System abgesichert werden. Das ist ein kleiner Bereich bei der Auswahl, aber dann bei der Bewertung des Kaufens und Verkaufens greift wieder zu 100 Prozent ein technisches System ein. Also da haben wir keinerlei Entscheidungen mehr darüber. Und im vierten Schritt unserer Systematik, wir haben das genau auf vier Schritte aufbereitet und die arbeiten wir auch täglich, annähernd täglich durch. Im vierten Schritt haben wir noch die Möglichkeit, über Optionen eine Absicherung hereinzunehmen, weil wir jede Einzelaktie mit einem maximalen Stop-Loss ausstatten. Das wird auch wiederum systematisch berechnet, weil das Computerprogramm berechnet genau einen optimalen Punkt, wo wir aussteigen würden. Also es ist jeden draußen geläufig, jeder arbeitet unter Umständen auch privat mit Stop-Loss-Systemen. Wir haben das Computer gestützt zur Berechnung, setzen wir ein und dann wissen wir immer genau, welches Risiko haben unsere Aktien. Wir wissen genau, wo ist die Untergrenze. 15 Prozent, 17 Prozent, wann würden alle Stops greifen? Und um das nochmal etwas abzufedern, wenn wirklich eine größere Krise kommt, wie Corona-Krise, setzen wir noch zusätzlich Put-Optionen ein, in der Regel auf den DAX abgestellt und diese mildern dann den ersten Kursrutsch ab, bis entsprechend die zweiten Systeme fallen. Und diese Absicherung, diese ist noch diskretionär. Ein kleiner Teil ist jedoch nur ein kleiner Teil, weil ja über die ersten Systeme schon eine große Risikobegrenzung gegeben ist, um unsere Investoren auch in Krisenzeiten nicht zu erschrecken, sage ich immer. Das klingt schon nach einem ziemlich, ich sage es mal, disziplinierten Ansatz. Wir sprachen aber auch schon über Chancen und Risiken. Die Aktien erwähnten Sie schon, die Sie ja kräftig nutzen. Was ist denn das absichernde Element? Sie sagten selbst schon, Anleihen, so schulbuchmäßig wäre das ja die Absicherung momentan schwierig. Wenn unsere Systeme sagen, wir steigen aus Aktien aus, sind wir in Cash investiert. Also dann ist es wirklich so, weil Sie vorhin auch schon die Korrelation zwischen den Anlageklassen ansprachen. Momentan sehen wir, zeitweise weicht es natürlich ab, aber Cash ist einzig der Bereich, wo wirklich unkorreliert entsprechend zu den Aktien ist. Und wenn wir aus Risiko, vermeintlichen Risikoanlagen herausgehen, die wir durch Absicherung nach unten, das Risiko begrenzen, nach oben laufen lassen, dann wollen wir nicht, indem wir dann die Vermögenswerte für unsere Investoren auf Renten legen, ein weiteres Risiko aufbauen und dann vielleicht sagen, wir haben im ersten Step über Aktien einen Teil verloren. Gehen wir wieder in die jüngste Vergangenheit, die letzten Krisen 2018, 2020, fielen die Anleihen auch nach unten. Die Anleihen hätten uns keine Absicherung gebracht. Also ist für uns die reine Absicherung in dem Moment Cash. Unsere technischen Systeme für den Ausstieg, wir nehmen das Risiko heraus. Wir sagen unseren Investoren, wir haben eine Untergrenze, die wir nicht unterschreiten wollen. Jeder kann bei uns sein Vermögen diszipliniert mit klaren Regeln und Strukturen anlegen und mehren. Und das ist unsere Grundvoraussetzung, die wir einfach haben. Und dann gehen wir auch in Cash. Das heißt, mit diesem Phänomen der All-Asset-Correlation, wo alles fällt Butter, fällt Käse, heißt das ja so schön, das nehmen Sie offensichtlich bitter ernst. Das nehmen wir bitter ernst und setzen das dann auch eins zu eins um, um die Risiken nicht entsprechend zu doppeln oder zu verdreifachen, indem man dann über weitere Asset-Klassen dann nochmal sich Risiken einkauft. Wir gehen den Weg. Wir sehen momentan innerhalb der Asset-Klassen die Aktie als Renditebringer für uns, für unsere Investoren und begrenzen das Risiko nicht über die Asset-Klassen, sondern über eine Risikobegrenzung innerhalb der Aktie. Wir wollen das Positive der Aktie mitnehmen, die Erträge, und haben eine strikte Risikobegrenzung nach unten. Innerhalb der Vermögensverwaltung und auch innerhalb des Fonds. Ja, interessiert mich, wie reagieren Ihre Mandanten denn? Das klingt ja doch ein bisschen anders als viele herkömmliche Vermögensverwalter, die sagen, wir haben die Aktien für die Chancen, die Anleihen oder meintalben Gold zur Absicherung und Cash oder Liquidität natürlich auch dazu. Einfach gesagt, unsere Investoren, die geben uns das Mandat, Erträge zu erzielen. Nach Möglichkeit mit wenigen Schwankungen, wenig Risiken. Wir haben, wie gesagt, viele Unternehmer haben auch bei Unternehmern Pensionen ab, sichern Pensionen ab, die über die Firmen entsprechend aufgebaut werden, wo dann später Renten gezahlt werden. Wir haben entsprechende Rentenzahlungen. Wir bekommen den Auftrag, setz die Zielsetzung um sozusagen. Und daher ist auch ein Ankerprodukt unser eigener Fonds, der Varios Flex Fonds, den wir aufgelegt haben, nach den Belangen, nach den Interessen unserer Investoren. Wir haben eine Zielsetzung im Fünfjahresbereich 6% plus bei einer niedrigen Schwankung. Wir haben es in den letzten acht Jahren lagen wir bei 8 bis teilweise 10%. Und die Zielsetzung ist wirklich das Umsetzen der Interesse der Investoren. Da stützen wir uns nicht auf Portfoliotheorien oder dergleichen. Wir haben unsere eigene Systematik aufgebaut. Die ist anders. Die ist nicht besser als andere. Ich möchte jetzt nicht vergleichen mit Kollegen, die auch einen hervorragenden Job machen. Wir machen es anders und können auch bei jedem Investor zusätzlich eingekauft werden, weil wir eine andere Strukturierung einfach haben. Sie schreiben auf Ihrer Homepage auch so schön, die richtige Aktie zur richtigen Zeit. Das klingt nun auch fast so lehrbuchmäßig. Nun, was heißt denn das konkret und wie funktioniert das? Das gibt uns die Mathematik vor. Also, so wie ich schon sagte, wir haben über die Datenbanken, es geht auch nur über Datenbanken, so über den Zyklus, den wir aufbereiten. Wir selektieren die richtige, für uns richtige Aktie aus den 18.000 Titeln heraus über drei Kennzahlen. Das Einfachste, das kennt jeder, durchschnittliche jährliche Performance. Über die letzten zehn Jahre analysieren wir, berechnen wir. Dann haben wir zwei weitere Werte, eine Gewinnwahrscheinlichkeit, eine Verlustwahrscheinlichkeit. Fangen wir beim einfachsten an, durchschnittliche jährliche Performance. Nach der Analyse kommen nur Titel heraus, die über 15 Prozent im letzten Jahr hatten. Gewinnwahrscheinlichkeit, da wird es schon etwas komplizierter. Über zehn Jahre berechnet unser Programm 7.000 Transaktionen, Kauf und Verkauf. Und da muss die Aktie über 90 Prozent im Gewinn abgeschlossen haben, plus dazu im Verhältnis einen relativ geringen Verlustwert. Diese erste Stufe ist für uns eine Selektion, ich sage mal in Anführungsstriche langweiliger Aktien mit einer vernünftigen Performance, weil die Schwankung ist nicht so extrem, als wenn ich in klassische, nur in reine Technologie oder Pharma-Werte gehe. Die haben wir auch, ja, aber nicht dann entsprechend komplett in der Breite, weil die bei den Verlusten durchrutschen. So finden wir für uns die richtige Aktie. Wenn man dann hinterher reinschaut, sind das in der Regel Marktführer am Markt. Auch jetzt Basisinvestitionen, vielleicht die American Water USA, größte Wasserversorger USA oder was jetzt auch in den letzten Monaten sehr gut lief, Pool, der größte Anbieter und auch Produktionstätte USA im Bereich Pools, Swinning Pools. Bechtle kommt dann hervor. Das ist die erste Selektion. Dann haben wir die Aktien, die wir theoretisch kaufen möchten. Im zweiten Step laufen diese Aktien, die den ersten Filter durchschritten haben, durch ein weiteres Computerprogramm durch, wo wir bei jeder einzelnen Aktie, das ist unsere, die Korrelation auseinanderzuziehen, über die letzten zehn Jahre, wann wäre der optimale Kauf- und Verkaufszeitpunkt für die Aktie gewesen? Dies schreiben wir dann nach vorne fest. Die technischen Werte, das ist ein sehr aufwendiger Prozess bei uns im Haus und handelnd und dann wird täglich abgeglichen. Nachts kommt der Kurs herein und dann, wenn wir morgens kommen, bekommen wir schon die Meldung aus dem System heraus. Aktie A, B, C ist weiterhin entsprechend im positiven Bereich und zwei weitere Aktien sind im negativen Bereich. Die verkaufen wir dann. Das heißt, erst suchen wir die Aktie, die wir als richtig empfinden. Vermeintliche Langweileraktien, die ein gefestigtes Geschäftsmodell haben mit niedrigeren Schwankungen oder niedrigeren Schwankungen als der Markt. Und im zweiten Step entscheiden wir, wann wir kaufen und verkaufen. Rein systematisch. Da gibt es dann keine Abweichung. Wenn ich den März letzten Jahres nehme, 120 Aktien haben wir in der Auswahl, dann haben wir täglich Aktien abverkauft und haben dann erst im Nachgang, was Sie eingangs auch fragten, wie oft muss man dann in den Systemen nacharbeiten oder eingreifen. Wir greifen nicht ein in den Momenten. Wir setzen um. Wir haben täglich die Aktienpositionen abgebaut, haben parallel dazu die Absicherung aufgebaut und waren am 19. März im Fonds und auch in unseren Aktienstrategien für unsere Endkunden bei Null. Also wir waren bei Minus zwei sogar im Fonds gewesen durch die Absicherung. Also das nun mal. Wir sind da sehr extrem in dem Bereich, in dem wir in Krisenzeiten Risiken herausnehmen. Und so steuern wir entsprechend das Risiko für die Kunden nicht übergreifend über Assetklassen, sondern aktuell favorisiert die Aktie und die Aktie immer wieder nach unten abgesichert. Ja, um da die Risiken rauszunehmen. Wie sieht es eigentlich mit IPOs aus? Sie sagten selbst, ich glaube, zehn Jahre sollte die schon ein Track Record haben. Damit sind die a priori heraus. Geht nicht so charmant, dass es sein mag. Wir können damit auch gut leben. Sicherlich bestimmte Chancen lässt man aus, aber auch die Risiken, die dagegen stehen. Und daher nehmen wir sehr, sehr gern die Aktien mit einem Minimum zehnjähriger Historie. Und dann haben die Aktien auch gezeigt, dass sie sich am Markt etabliert haben mit unseren Vorgaben. Das ist ja, wir haben ja die Vorgaben nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern haben uns überlegt, welche Aktien wollen wir haben? Und wie finden wir diese Aktien aus 18.000 Titeln? Wir haben annähernd den weltweiten Aktienmarkt gelistet. Und das ist dann die Herangehensweise. Und wir experimentieren dann auch nicht mit solchen Sachen. Also wenn, dann brauchen wir, gut, wie gesagt, die zwei Titel, die waren aber auch über fünf Jahre, weil unsere Systematik wiederum in der Absicherung. Dort brauchen wir historische Zahlen, um entsprechend eine vernünftige Mathematik drüber zu setzen und die Untergrenze hereinzunehmen. Und im Umkehrschluss, der auch der Unterschied unter Umständen zu weiteren Systemen, die am Markt sind und dann auch wieder den Einstieg zu finden. Wir haben im März letzten Jahres waren wir mit unserem Fonds bei circa minus 7,5 Prozent mit einer sehr dynamischen Aktienstrategie stoppten wir. Also wir hätten uns oder wir dachten, wir können uns zurücklehnen und warten, was der Markt macht. Auf die zweite Welle warten heute dergleichen. War ja nicht. Der Markt zog sofort wieder an. Und wir haben in den folgenden zwei Monaten dadurch, dass wir sehr, sehr schnell wieder investiert haben über unsere Systematik. In den folgenden zwei Monaten hatten wir April, März, April und Mai wieder über sechs Prozent Ertrag. Wenn man diesen Anstieg verpasst, dann hat man zwar ein gutes Risikomanagement, aber hat keinen Ertrag für die Investoren dargestellt. Eingangssatz, wir stehen unseren Investoren Rede und Antwort, machen die Theorie nicht aus Lust und Laune, sondern weil wir für unsere Investoren Erträge erzielen wollen mit einer Risikobegrenzung. Und daher ist auch sehr, sehr wichtig, über die Systematik wieder einen schnellen Einstieg zu finden. Und das bedarf schon einiger Jahre Entwicklung, um da die richtigen Stellschrauben zu haben. Ja, es gibt ja auch Untersuchungen, die genau das belegen. Also wenn man zu diesem richtigen Zeitpunkt nicht dabei ist, dann, ich habe die Zahlen jetzt, gebe ich zu, nicht im Kopf, aber das kostet echt viel Performance, den man da einfach dann liegen lässt. Ganz kurze Zwischenfrage, wo die Finanzcommunity ordnet ja immer gerne ein Töpfchen ein. Ist das jetzt im Value-Topf, im Growth-Topf oder in diesem, ich nenne es mal agnostischen Topf? Welche Aktien wir ausselektieren, ist uns gleich. Die Mathematik gibt es vor, aber aus der Logik heraus, das haben Sie sicherlich schon selbst beantworten können, aus der Logik heraus mit der Systematik stoßen wir zu über 90 Prozent auf Wachstumstitel und haben einen kleinen Value-Ansatz. Vielleicht auch die Diskussion Ende letzten Jahres, ob es ein Wechsel zwischen Grow und Value, das zielt vielleicht auch in die Richtung ab. Wenn es einen mittel- und längerfristigen Wechsel gibt, dann wird unsere Systematik nachjustieren, weil wir aller drei Monate die 18.000 Aktien wieder durchselektieren und wenn wir feststellen, dass unsere Top 100 abweichen, weil eventuell andere Titel gerade eine sehr gute Performance-Bewertung und wenige Verluste haben, justiert automatisch das System nach und bringt uns neue Titel in das Portfolio, die wir dann im nächsten Step wieder analysieren und wieder die optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkte festlegen und dann umsetzen für den Endkunden in der Vermögensverwaltung oder im Fonds. Sie fahren den Ansatz ja, wie Sie eben gerade richtig sagten, im Fonds, aber auch in der Vermögensverwaltung. Wo liegen denn die Unterschiede? Die Unterschiede sind, wir haben natürlich in der Vermögensverwaltung, oder nicht natürlich, in der Vermögensverwaltung haben wir die Möglichkeit, bei kleineren Depotgrößen Fondsvermögensverwaltung anzubieten und dann, wenn entsprechend größere Beträge dann zur Investition anstehen, haben wir die, gehen wir auf Aktien oder setzen auch individuelle Vermögensverwaltung an, wo man dann schon mehrere Assetklassen zueinander mischt, die dann aber auch von uns wiederum jederzeit bewertet werden, ob die Assetklasse auch Ertrag bringt. Das ist eine klare Vorgabe. Basisinvestment ist auch, oder ein Teil des Investments ist auch in der Vermögensverwaltung der eigene Fonds. Und hauptsächlich bei Unternehmen in Firmenvermögen, weil jeder Unternehmer weiß, der Steuerberater macht irgendwann Probleme, wenn er dann ein Aktienportfolio zu buchen hat und steuerlich zu bewerten hat. Da ist natürlich die Auswertung des Fonds leichter und wir haben im Fonds ja auch bis zu 120 Aktien. Also wir können da wirklich für jeden speziell eine Lösung finden. Auch für einen Unternehmer, der sagt, machen wir ein Portfolio für mein Kind oder Enkelkind auf. Da haben wir einige Unternehmer, da haben wir dann fünf Enkelkinder-Depots dann laufen. Die sind dann natürlich einfach strukturiert, ganz klar, aber es wird angeboten und die kommen dann auch in den gleichen Genuss, der gleichen Analyse und des gleichen Risikomanagement-Tools, weil das alles über die Systematik läuft wie ein Großkunde. Wenn man momentan über Börse spricht, dann schwingt ja automatisch immer die Frage nach den Bewertungen mit. Ich weiß, die Frage ist ein bisschen schwierig, so so grosso modo gestellt, aber trotzdem, wie sehen Sie denn die Bewertungen der Aktien? Ist das schon im Bereich, wo man sagt, schwierig? Für unseren Ansatz oder für unsere Investitionen spielt meine Meinung gar keine Rolle. Was sagt das System? Weil meine Meinung hat, ich sage, vor 20 Jahren eine Struktur vorgegeben und die Struktur wird in ein System hinterlegt und das System rechnet. Das System sagt momentan, durch die tägliche Auswertung der einzelnen Aktien stehen wir, ich kann es anhand einer Zahl nennen, wir stehen im Fonds, aber auch so ungefähr in den Aktienportfolien unserer Vermögensverwalterkunden bei circa 70 Prozent Aktienanteil. 30 Prozent teilen sich auf, auf Cash oder vielleicht kleine Anleihenanteile, die man punktuell hereinnimmt. Weil das System nicht die Bewertung der Aktie berechnet, sondern bewertet ist die Aktie in einer positiven Entwicklung, Marktphase oder steht historisch gesehen auf die zurückliegenden zehn Jahre. Bewegt die sich in einen Bereich, wo man sagt, sie lässt jetzt auch zukünftig Gewinne versprechen, dann kaufen wir. Und wir haben dann das strikte Risikomanagement darunter, wo wir sagen, wir verkaufen entsprechend, wenn es nach unten geht. Also das System schaut nicht nach den Bewertungen. Wir haben, wenn wir auf den Fonds oder unsere Aktienselektion vergleichen, zum Markt haben wir oftmals Aktien, die höher bewertet sind, weil wir mehr die klassischen Wachstumswerte haben, die auch höhere Erträge in der Zukunft einbringen und dann aber kategorisch nach unten absichern. Jetzt streue ich meine Meinung ein, die mit dem System und mit unseren Anlagen nichts zu tun hat. Wenn ich sehe, wohin die Anleihen gelaufen sind, dann sind im Verhältnis Aktien günstig. Ich sage nur im Verhältnis. Wenn man historisch Aktien bewertet, sind sie sicherlich über den historischen Werten. Aber im Verhältnis zu weiteren Assetklassen sind sie günstig bewertet. Und dann kommt dann wieder unsere Theorie, die wir in unserer Systematik eingebaut haben, zum Tragen, wo man sagt, auch teure, vermeintlich teure Aktien können teurer werden. Sie kennen sicherlich auch Studien, die Sie gelesen haben oder auch schon Interviews geführt haben, wo dann wirklich, es gibt auch Kollegen, die gehen die Theorie ein und sagen, ich kaufe die Aktien, die in den letzten Monaten den stärksten Trend hatten oder dergleichen. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass auch dort diese Strategie einen positiven Anteil im Ertrag bringt. Sicherlich von der Risikoseite, wenn man das Risikotool nicht nach unten zielt, auch erhöht, aber trotzdem eine Rechtfertigung gemerkt hat. Ja. Was man noch neben der Frage nach der Bewertung immer wieder hört, ist das schöne Schlagwort, Tina, there is no alternative zu Aktien. Weil Sie, so wie Sie schon sagten, was sind denn die Alternativen? Was kann man sonst noch kaufen? Macht das Ihnen die Arbeit oder Ihrem System die Arbeit einfacher oder schwieriger, dieser allgemeine Druck Richtung Aktie? Es macht zum Teil unsere Strategie, macht es einfacher, weil wir über Jahre schon sehr stark ein mathematisches System auf die Aktie abgestellt haben. Und jetzt fallen die Renten, die die vergleichbaren oder vermeintlichen sicheren Anlagen weg. Das heißt, es stärkt unsere Systeme. Wir merken auch viel bei Kollegen, dass da die Rentenanteile vielleicht noch minimale Anteile haben oder teilweise auch schon gestrichen worden sind. Also es bringt uns einen positiven Schub, weil wir uns in der Vergangenheit, wir haben uns komplett auf die Aktie konzentriert, haben gesagt, die Aktie ist der Ertragsbringer. Rentencash haben wir dazu, haben aus der Vergangenheit heraus schon aus der Aktie den Ertrag gebracht mit einer strikten Risikokontrolle, um die Stressanrufe wegzubekommen. Viele der Kollegen haben in den vergangenen zehn Jahren den Hauptanteil aus den Renten geholt. Die müssen jetzt umstellen. Die müssen jetzt schauen, dass sie Systeme entwickeln oder ihre Strategie im Aktienmarkt entsprechend hinterlegen, um dort stärker in den Markt hereinzukommen. Also es gibt jetzt eine Verschiebung und für uns ist es, es bereitet uns keine Schmerzen, weil wir uns in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, schon sehr darauf spezialisiert haben und unsere Systeme jetzt richtig zum Tragen kommen. Man merkt es auch an den Bewertungen, die wir immer wieder bekommen. Vielleicht mal eine letzte Frage. Was ist eigentlich oder was wäre Ihr wichtigster Ratschlag an Anleger? Ich weiß, das ist eine Glaskugelfrage, aber wenn Sie trotzdem eine Antwort geben würden. Als Vermögensverwalter müsste ich jetzt den Bogen schlagen und sagen, ich muss ja jetzt natürlich erst einmal analysieren, was der Investor möchte. Ich mache es jetzt einfacher. Das funktioniert jetzt in dieser Runde oder in dieser Fragestellung nicht. Ein Anleger, der eine einfache Lösung haben möchte, die er nicht immer nachkontrollieren muss und immer wieder nachkontrollieren sollte, den kann ich nur empfehlen, einen Mischfonds zu kaufen, sich anzuschauen, wie die Mischfonds in der Vergangenheit, welche Risikoanteile sie hatten, nicht nur die positiven Seiten, sondern auch anschauen, welche Verlustphasen diese Mischfonds hatten, dann für sich festzulegen, bin ich bereit, 500.000 Euro, 100.000 Euro mit 10, 20 oder 25 Prozent ins Risiko zu stellen oder nehme ich lieber einen Mischfonds, der vielleicht nur 5, 10 oder 12 Prozent Verlustphase hatte und im Gegenzuge nicht die 12 Prozent, sondern nur 8 oder 6 Prozent Ertrag hatte. Also das ist ein Weg, an den man herangehen kann und sich dann ein dauerhaftes Investment tätigen kann, wo man sagt, ich schaue nach den Verlusten, die ich verkrafte und der Manager, der dahinter ist, der kümmert sich dann ständig darum. Ich glaube, die wenigsten haben die Zeit, Einzeltitel zu selektieren und auch das Risiko der Einzeltitel sich anzuschauen. Und wenn derjenige, der eine Anlage sucht, dann auch über unseren Fonds stolpert und den Varios-Flex-Fonds findet, würde ich mich freuen oder freue ich mich, wenn dort auch einige Anteile bei uns zum Management anstehen würden. Das ist doch ein schönes Schlusswort und vielleicht von mir auch noch der Punkt, dass jeder Anleger seine eigene Risikotragfähigkeit analysieren soll. Das ist, glaube ich, einer, dem man gar nicht oft genug sagen kann. Im Endeffekt muss jeder selbst, wie Sie so schön sagten, damit leben und damit auch gut schlafen können. Damit ersparen Sie sich, ja, Stressanrufe und der Anleger eine unruhige Nacht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Rosenkranz. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Hochschild. Sie sind auch wichtiger in dieser Zeit. Bleiben Sie gesund. Ebenso. Vielen Dank. Danke. Schöne Grüße.